Guten Tag, mein Name ist Christophe Pelletier. Mein Ziel bei der FoodFuturist ist, um meinen Kunden zu helfen, um ein klareres und besseres Verständnis der Zukunft von Lebensmitteln und Landwirtschaft zu bekommen. Der Wunsch, die Zukunft zu kennen, ist wirklich ums Leers eine Sache, die Unsicherheit zu reduzieren. Es geht um die Veränderungen, die kommen werden, wie sie uns beeinflussen werden und wie man auf Zeit, um eine stärkere und bessere Zukunft zu bauen. Um meinen Kunden zu helfen, dieses Ziel zu erreichen, biete ich eine Reihe von Dienstleistungen. Ich spreche oft auf Konferenzen, die so wie durch die Industrie, die Regierungsbehörde oder Non-Profit-Organisationen organisiert werden, alle über Themen rund um die Zukunft von Lebensmitteln und Landwirtschaft. Ich organisiere selbst auch Seminare über dieselben Themen und alle Themen, die etwas zu tun haben mit der Zukunft. Ich biete auch Bereitungsleistungen auf dem Gebiet der strategischen Weiblik, um Kunden zu helfen, identifizieren, welche Veränderungen kommen, sodass sie Strategien entwickeln können, um eine solide Wettbewerksposition in der Zukunft zu bauen. Und ich kann auch als Berater im Vorstand einer Organisation dienen, mit besonderem Schwerpunkt auf die Zukunft natürlich. Mein Stil ist sehr praktisch. Es ist für mich sehr wichtig, dass meinen Kunden das Material, das ich präsentiere, am nächsten Tag schon gebrauchen können. Ich bin wenig interessiert, um Geschichte zu erzählen, über was es in den 50 Jahren von heute passieren wird, weil das ist nicht so nötig. Was sehr wichtig ist, ist, dass meine Kunden schon morgen arbeiten können mit meinem Material. Wenn Sie Interesse haben in der Zukunft von Landwirtschaft und Lebensmitteln, bitte blättern Sie durch die Website und gehen Sie durch das Material, das ich präsentiere. Dankeschön. 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 Dankeschön.